Es ist ein Lockdown-Thai-Side. Die Läden sind hinten um die Ecke. Da hinten am Supercheap gibt es Krebs. Supercheap ist natürlich auch offen. Und die Leute, die hier unterwegs sind, sind natürlich alle nur zu ganz wichtigen Unternehmungen unterwegs. Also da ist kein Spaß, kein Fun, kein Garnet. Wichtig ist, dass die Strände zu sind. Und dass die Joggingplätze zu sind. Das ist ganz wichtig. Dort infiziert man sich an so einem Krebsstand niemals. Weil der hat ja eh keine Handschuhe auf und das Zeug ist alles frisch, nicht?